Am 27. Februar geschieht etwas Ungewöhnliches. Etwas, das ihr niemals vergesst. Sie ist wieder da. Die netteste Band auf Erden. Und ihr seid nur einen Schritt von mir entfernt. Danny Tristan, Nils Steinfurt, Maren Möllmann und Julian Aust. Sie sind die Realität. Live. Am 27. Februar. Nur im Voice. Eurer Karaoke Bar in Bremen-Walle. Alle weiteren Infos findest du unter www.die-realität.de www.die-realität.de